Sooo... Wenn das jetzt aber hinhaut, dann wird das der letzte Kill, den wir machen. Die tun natürlich erst den Inhibitor-Crashen. Ach, scheiß drauf, die Typen. Dann bleibt halt einer zurück und verteidigt. Auf, 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 auf! Halt, Leute, hier! Hau drauf, Alter, hau drauf! Ja, ja, jawoll! Sehr schön, der hat überlebt. Alle Gegner bis auf einen sind tot. Wir leben noch. Und langsam kommen wir auch Level 18. Nee, warte mal, wir sind Level 18. Die nicht. Oh! Schutzengel! Und jetzt hole ich mir den Schleier noch. Erstmal noch ein bisschen Rüstung holen. Und jetzt muss ich den Schleier komplett mit einem Schlag kaufen. Dann hätte ich mir vielleicht gleich das da holen sollen. Also hatte ich kein Geld dazu. Ach, ich hatte kein Geld dazu. Aber das sollte ich eigentlich gleich haben, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Ach, ich... ein bisschen... alter, die lösen momentan so ab... Aber es ist noch nichts. Jaa, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin jetzt nicht in den Fall. Ich möchte das Video mal nicht. Flup. Und go. Jetzt habe ich den Mantel. Und jetzt geht's los. Ich habe auch mal ein Special. Und dann wollen wir mal gucken, ob das Gesicht ist. Doch, das ist noch 40 Minuten lang gegangen. Ja, das hat ein Special. Das kann mal nicht sein. Warum bleiben die auch hinter mir? Ich bin ein AD Carrier. Ich muss nach hinten stehen. Ey, die Leute manchmal. AD Carrier. AD Carrier sei hinten. So, AD Carrier gehen jetzt hier. Okay. Und die Plagen bleiben zu. Auf den ersten Turm. 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 Leute, ihr müsst ja mal auf den Tor mit drauf gehen. Fuck, fuck, fuck. Wir dürfen den killen. Okay. Auf den Turm. Alter, nicht schon wieder. Okay. Und das ist nicht so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber solange nur ich tot... Warum sind... Warum sind die denn da hin? Ähm... Ist doch kein Wunder, dass wir das nicht geschafft haben, wenn die Hälfte hinten ist. Wir hätten dann so schnell durchgerasht, dass die das niemals hingeschickt hätten, den, inhibitor vor Feuer zu killen. Oh, oh, jetzt kommt die. Ah, ich bin der erstes weg. Und dann können wir gleich wieder loslegen, wenn noch ein paar mehr von denen gekehlt werden. Alles schön, das gefällt mir doch, so möchte ich das sehen, so möchte ich das sehen. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Das hat wir getan. Ich gehe ganz normal zurück. Und die können nicht zurückgehen. Ha, ha, ha. Na drauf 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 drauf. Ja, das papier verlassen! What the fuck? Warum tun wir denn so was? Ich hab's nicht gespielt, aber Okay Raub, 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 raub! Okay, das wird echt Aber ich denke, wir können das gewinnen, wenn wir das zusammenreißen Problem, wir haben schon zwei individuelle Führung, die auch einen Das ist natürlich ein kleiner nachteil Und der nutzt seinen Sprung, wenn wir weg springen Anstatt den vier anderen delegieren Was willst du denn hier? Mein Gott, hier haben wir noch nichts verloren Okay, aber hier, hier geht's wieder los. Okay, das ist echt ne harte Sache hier. Ich weiß nicht, ich kann meinen Eisweiter benutzen, das ist aber nicht so wild, weil ich ganz einfach... So, raus! Und die nächsten hier! Ah, ja! Sehr schön! Keine Sterne zu finden! Ich habe jetzt bei uns oben gebrochen. Da unten sind die Linien, ich habe sie bei uns oben gepuckt. So, okay. Jetzt halt in die Mitte. What the fuck, zurück, zurück, zurück. Alter, was ist das für ein Endkampf hier? Das geht immer gar nicht übel. Jetzt ist das Battle zwischen den Giganten. So, wir haben die sich da vorne kloppen. Ich hoffe, keiner von uns stirbt. Hol' ich mir ganz kurz wieder Mana und Leben. Und das Totem. Und jetzt wird's nämlich lustig. Weil... Oh mein Gott. Ja, ja. So. So, jetzt noch. Moment. Machen die. Was mach ich? Oh nein, ich hab doch der Minis eingekliffen. Was für ne Sache. So, okay. Ich kann ja eh nix mehr machen, weil ich alles habe. Können wir jetzt eine bessere Lampe noch kaufen. Und raus, 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 raus und der da noch. Sehr schön. Und jetzt weiter. So, komm weiter. So. 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 Und jetzt. So. 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 Wir haben gewonnen, alter Schwede, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Ich kann nicht auf weiterklicken, weil da beendet sich Frips. Ja, das war's für das erste Let's Play mit Ash. Ich gehe gleich ins Menü und bedanke mich nochmal bei allem fürs Kämpfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr sehen wollt, wer da reinkommt, dann schreibt einfach rein, dass sein soll. Bis zum nächsten Mal. Ciao.